Steigende Mieten? Zwangsräumung? Rassistische Polizeikontrollen? Eine menschenverachtende Politik gegen Geflüchtete? Parlamente und Parteien können uns dabei nicht helfen. Deshalb kämpfen wir gemeinsam und solidarisch von unten, in unseren Häusern, unseren Kiezen und Betrieben. Ob in Istanbul, Sketsche Kondos, Barcelonas Barrios oder Berliner Kiezen. Lasst uns gemeinsam den Wandel gegen Ausbeutung und Unterdrückung organisieren. Eine gemeinsame Demonstration kann hierfür ein guter Anfang sein.